Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Dying Light nach ewigen Zeiten. Ja, ich bock drauf und ich hoffe, ihr könnt diese Spielen mal wieder sehen bei uns. Eigentlich müsste es doch möglich sein. Auf jeden Fall seht ihr hier, wie ich mich nicht so ganz zurecht finde. Und ja, auf jeden Fall, ich will hier eigentlich eine andere Quest machen. Warte, die Hauptquest. So, dann wohin müssen wir? Wir müssen glaube ich runter. Also müssen wir erstmal auf die andere Seite, um zu dieser coolen Treppe zu gelangen. Genau die Haupttreppe hier im Gebäude. Und dann nehmen wir nämlich den Aufzug hier im Stock. Um in den Haupteingang zu kommen, weil von hier runter oben direkt rausgehen. Das wäre, wie ihr hier seht, ein kleines bisschen lebensmüde. Naja. Ja. 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 Vielen Dank. 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 ... 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 doch so überspüren aber was wollen wir machen die glaub ich am besten an weil wir damit über zumbies drüber nicht ganz irres nicht für uns ach so das haben wir schon datenpreise um zehn prozent weniger auch botzmittel weil wir dann vielleicht so ein bisschen stärker sind das können wir theoretisch hier haben wir nichts mehr okay dann geht es jetzt wirklich bis zum nächsten Mal Wir sind jetzt schon mal auf dem Dach und uns hat eine Prennere gesehen, also ich glaube, dass wir am Schlausen sind, wenn wir die Taschenlappen sporadisch anmachen, um zu wissen, wer will, was woran ist. Aber zu orientieren vielleicht auch noch, aber sonst wieder auslassen, weil ich glaube, es könnte sich eventuell anlocken. Okay, auf dem Dach, das Blütteste, den wir gerade mussten, nur dass wir, wenn hier so viele Schatten sind. Hallo, ist hier jemand? Ich habe auch keinen von diesen Verhältnissen jetzt gesehen, was nicht bedeutet, dass sie nicht da sind, denn ich habe keinen gesehen. Das wollte ich genauso machen. Der Turm ist voll, wo die überlebten sind. Okay, komm doch. Hoch, hoch. Jetzt geht's zur Seite. Da war's. Ja. Ich weiß, ob da ist auch drauf. Oh, das ist auch drauf. Ich hab so drauf. Wir runterkommen. Ganz alles gut. Ganz alles gut, ganz alles gut. Oder? Na? Wo ist der? Oh, wir sehen jetzt doch ¨D da. Hinter uns ist ein Zimli. Der guckt nicht dahin. Der guckt hinter uns. Der guckt hinter uns. Das ist echt schlimm, dass man nichts sieht. Wir müssen erstmal mit dieser kurzen Ebene drüber. Sonst kann man hier ein bisschen bösen. Jetzt sind wir schon mal oben angelandet und jetzt haben wir es sehen. Noch nicht. Man muss nur mit Logik finden. Mit verdammter Logik. Und hier ist noch alles. Das sind alle. Sprungkassen vermutlich. So ein flacherndes Licht auf jeden Fall. Ich habe keine Ahnung, wie wir jetzt nichts tun sollen. Da sind ganz viele Zombies. Und Flammen. Da unten sind auch mehrere Zombies, aber nicht so viele, glaube ich. Und das ist da unten, den wir da stehen sollen. Die sind ganz großartig. Wir müssen doch alle sitzen. Das ist wirklich ganz großartig. Wir müssen zu dem. Oh. Ist da niemand gehört, oder? Hallo? Hallo? Hallo, Herr Müller. Hallo, Herr Müller. Oh Gott, wir sind in so einer kleinen Spalte. Können wir da hoch? Okay. Direkt auf der Straße patrouilliert einer von diesen bescheuerten bösen Zombies. Direkt vor uns. Wenn wir mit den angreifenden Wecken drücken. Also am besten weg. Und schon wieder in die Füße. Vielleicht nach oben. Weil der böse zu mir unten ist. Ich bin da. Ich bin überhaupt nicht da. Nicht da. Nein. Du fährst nicht hin. Du bist keine Arschdegel. Ich bin da. Ich bin eigentlich doch nicht da. Ich bin nicht gut. Ich bin jetzt nicht da. Also gleich doppelt nicht da. Für dich. Nö? Okay, wir sind jetzt so erstmal aus der Reichweite von großen Zombies. Oder wir haben nun die Linken. Okay. Hier ist nichts und nur jemand. Hallo? Jetzt geht's um die Linken. Geht dann mal ums Haus um. Ist hier irgendjemand? Hallo? Der große Zombie ist ein Linkesrotter. Oh! Oh, der war... Nein, ich glaub nicht mehr. Der ist nochmal hoch. Und direkt raus. Nach oben wieder. Und diesen hat man erstmal ein... ganz langsam auch ein bisschen Aufmerksamkeit erregt. Und solange wir nicht in der Nähe von diesen fetten Dingen... mit dem Geht. ... ... mit dem Verkaufeln. Undido? ein bisschen mehr ein bisschen mehr Lärm damit wir überhaupt sehen bisschen klinik ich bin ich da gar nichts wir laufen einfach durch Zombie-Horn was können wir denn nicht machen? weiter gehen 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 einfach weiter gehen wir können komm lass uns so ein Zimmer versuchen ich weiß nicht ob das was bringt aber dann haben wir immer einen ganz weiten Weg da rechts sind zwei von diesen fetten Zombies einfach leise Volker okay komm 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 weiter da ist noch ein bisschen zu mir wir gehen jetzt einfach nur weiter hier hoch oh mein komm komm bitte hier ist die Sicherheitszone komm mal da rein vielleicht können wir da ja über die Nacht kommen in der Sicherheitszone da ist auch ein Mensch okay hier komm ich rein vielleicht können wir ja außen rum rennen in diesem Zombie vorbei und dann gucken dass wir schnell in die Sicherheitszone kommen weil ich glaub dass das auch eine Rettung für uns ist okay davon ist der aber der ist auf der anderen Straßenzeit also jetzt oder nie vor allem das hier und das da hinten ist jetzt oder nie nach oben kommen wir direkt rein da drüben und das Haus hoch direkt rein direkt rein oh wir sind drin hey halt dich von Reispack fern seid doch meine Retter oder? die haben sehr nervöse Zeigefinger wenn du fahrende Rauch siehst bedeutet dass das dann kein Bett du sagst echt kein Bett wir haben hier kein Bett wir haben hier kein Bett nein das heißt wir müssen wieder zum bösen Zombie da draußen das gibt's noch nicht das gibt's noch nicht dann weiter dann der war ja weiter rechts dann gehen wir hier weiter links ne oh das ist ja zunders schmach 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 die seh hin und was hab ich glaub nein drüben ist der Böse zum wak 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 der weiß das wird da ist der weiß das wird da ist aber ich kann hier rechts hin schmach oh ja hier darf er nicht hin oh wir sind da Leute hier haben's geschafft wir haben es verdammt nochmal geschafft diesen bösen Zombies auszuweichen komm neunziger Stock oh seid ihr nicht stolz auf mich ich hab's geschafft ich hab's heils zurück geschafft jetzt weiß ich wie Bracken sich bei seinem nächtlichen Ausflug das ist kein Kindergeburtstag nach dem nächtlichen Ausflug ich muss mich bei ihm melden und ihm sagen dass ich kein Antizin habe alle zu belügen ist ein verdammter Mist aber ich weiß dass der GRE das Wohl der Allgemeinheit im Sinn hat es hilft dir tatsächlich hat uns geholfen es ist ein Impfenmittel ich weiß echt nicht was der GRE da vor hat auf jeden Fall wünsche ich euch glaube ich ich hab echt keine Lust mehr weil ich einfach so viel Schiss habe und ich glaube ich mach einfach mal ein anderes Mal weiter ich hoffe es hat euch gefallen wir werden uns auf jeden Fall wieder hier sehen bei Let's Play Dying Light und bis dahin vielleicht sehen wir uns ja noch bei einer anderen Folge heute auf Wiedersehen gebt der voll den Baum hoch wenn es euch gefallen hat bis zum nächsten Mal 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020